So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite mit mir. Mal schauen, was der alte wieder mal fabriziert hat. Sollte ich Brinks, Fatal Field oder Shiftgeschäfts oder Fleshy. Gehen wir Fleshy. Fleshy ist mir bekannt, da kenne ich mich gut aus. Weiß wo der Loot ist und so weiter. Deshalb gehe ich mal wieder Fleshy. Nein, 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 nein. Fleshy, Dante. Fleshy, Dante. Nee.